Hallo, mein Name ist Jennifer Jaik. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Peter Christoph. Als zertifizierte Wimpern-Stylistin und ausgebildete permanent Make-up Artistin bin ich eure Schönheitsexpertin hier in Filma für individuelle Typberatung. Euer Look, Make-up und Hairstyling ist bei mir in den besten Händen. Meinen Styling-Service biete ich für euch auch mobil an. Und ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen in der Gesundheitswelt in Filma. Meine Fachbereiche sind einmal Leistungsdiagnostik, wie ihr hinter mir sehen könnt. Wir haben den Miele- und Kraftausdauerzirkel, einen Freihantelbereich mit freien Gewichten und Kraftmaschinen. Eine weitere Besonderheit ist das Rückenkompetenzzentrum, in dem ihr alle relevanten Fragen zum Thema Rücken von mir beantwortet bekommt. Wir beide möchten euch ganz herzlich in die Gesundheitswelt zu den Tagen der offenen Tür am 21. und 22. September einladen. Für kalte Getränke, Kaffee und Kuchen ist selbstverständlich gesorgt. An diesem Tag werden wir neben einer Führung und einer kompletten Beratung auch eine kostenlose Körperstrukturanalyse mit euch durchführen und besprechen. Wenn es euch hier in der Gesundheitswelt gefällt, habe ich natürlich auch an den beiden Tagen ein ganz tolles und günstiges Startangebot, das ihr auch direkt mit dem Training beginnen könnt. Ich biete euch ein gratis Kennenlern-Flech-Styling an den Tagen der offenen Tür am 15% auf alle Buchungen meiner Dienstleistungen sowie Gutscheinkäufe. Für alle eure Fragen rund um die Schönheit stehe ich an den Tagen natürlich auch zur Verfügung und berate euch sehr gerne. Wir freuen uns auf euch. Eure zwei starken Partner empfehlen wir zum Thema Schönheit und Fitness. Denn sehreieordum, dass wir jetzt im Nächsten Litierer und Spannungsver���er existieren würden. Wie geht's dir congregiert? Wenn dieuit heavenly Herrlichzione der schwere Angehörigen wird, ansまり,